Musik Der fährt jetzt richtig! Der ist die beste Klasse in Deutschland! Ich finde es ganz wichtig, immer drehen, dann schalten. Was ist denn jetzt von euch fit und fährt die Parkour mal vor? Es geht gleich weiter. Ich warte schon auf die nächste Gruppe. Sie sind ja kaum zu bremsen. Schön gerade halten das Fahrrad. Obwohl es hier drin so hängt ist, sieht man noch ganz deutlich, dass die Leuchte ist. Und mit Gefühl. Es ist schön zu sehen, dass Kinder mit so einer Begeisterung auf die Bahn kommen. Offensichtlich Spaß dabei auch. Es ist ein wahnsinnig schöner Ansionspunkt. Das Pilot Rum ist ein wahnsinnig schöner Ansionspunkt. Bis zum nächsten Mal. Los theaters.